Empfehlen, empfiehlt, hat empfohlen. Ich empfehle dieses Buch, es ist sehr gut. Ich empfehle dieses Buch, es ist sehr gut. Der Arzt empfahl einen langen Urlaub. Der Arzt empfahl einen langen Urlaub. Welchen Wein können Sie mir empfehlen? Welchen Wein können Sie mir empfehlen? Kannst du mir einen guten Friseur empfehlen? Kannst du mir einen guten Friseur empfehlen?